Letztend hat mich der Kunde gefragt, ob er das Geld auf dem Sparkonto lassen soll oder doch lieber in Wertschriften investieren soll. Ich habe mir erklärt, dass es abhängig davon ist, wenn er das Geld wieder braucht. Das Auto, das er nächstes Jahr kaufen will, soll auf dem Konto bleiben. Es bringt dir zwar nichts, aber es ist da, wenn er es braucht. Hingegen das Geld, das er erst in 10 oder 15 Jahren braucht, kann er getreust in Wertschriften investieren. Denn es ist erwiesen, dass wenn ich lange genug warten kann, entsprechend mehr Zucker bekommen, als ich investiert habe. Auch wenn es zwischendurch hoch und runter geht, kann man entspannt bleiben. Das ist wichtig dabei. Und übrigens, Punkt der Sicherheit. Auch Banken können Konkurs gehen. Das hatten wir alles schon. Das kann bei einem Anlagenfonds so nicht passieren. Was sich für Sie lohnen könnte, findet man mit einem Finanzplan oder zumindest mit einem persönlichen Gespräch. Wir stehen gern zur Verfügung. Wir stehen bei einem Anafonds, ich muss das Grund zur Verfügung stellen.